Musik 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 Hey, ciao Elia! Hey, hübsche! Wo bist denn du? In der Türkei Wissen ihr wo ich gerade bin? Nein, wo du gerade? Ich bin das Olde. Jetzt müsst ihr aber schauen Was habe ich im Briefkasten gehabt? Es wird ein super Anlass! Ja, Alter, so geil wie hier in der Türkei wird es sicher nicht. Für Wetter, kein Regen, gute Bricks, Welles, Bademantel, ich bin den ganzen Tag am chillen. Cool, was wollte ich am Weltunterntag? Eif und Bier. Hast du mal gesehen, was für ein nice Konzert es dort gibt? Ich meine, da bin ich gar nicht das Festival für ihn gekommen. Columbus, das ist echt ein nice Band. Und jetzt musst du bei DJ Fridgie. Ja klar, du tanzest dann mit mir. Ja, oh ja. Jetzt musst du einfach wieder ein wenig oben runterkommen. Elia, was freust du dich? Emily Wilson in der Ecke. Ja, ja. Sie ist mega schön. Sie ist mega schön. Manu, da kannst du nicht nein sagen. Ich finde es ehrlich. Was? Du bist schön. Und wir sehen, jetzt haben wir den Manu schon überzeugen. Krass. Aber es erwartet uns ja noch vieles, mehr als du da. Es gibt keinen Grund, um das Netz zu kommen. Vor allem gibt es dann auch noch coole Workshops. Dazu kommen auch noch mehrere Bischöfe. Und sie führen die Mess mit uns. Ja, ja. Höher Besuch, ich sage es euch. Ja, der Bischof Alain, der Bischof Burme, der kommt auch. Ja, aber in dem Fall sind wir alle dabei. Ich komme zurück in die Schweiz und komme auch in dem Fall. Ich hoffe es für dich, Manu. Das Ding ist ein wenig mit Burme. Oh Gott. Es wird immer schlimmer. Aber hey, ich freue mich, dass du kommst. 12. bis 14. Mai, nicht vergessen.